Hier ist Katharina Scholz, die ehemalige Nachholzsprecherin. Katharina, an den Buchtagen wurden ja viele Themen und AGs ins Leben gebuchtet. Wie ist es denn damit weitergegangen? Ganz unterschiedlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Social Media AG eine Facebook-Seite gegründet hat und sich über diese Facebook-Seite austauscht und weitere Konzepte entwickelt. Es gibt eine E-Book-AG, die sich per E-Mail Gedanken gemacht hat und auch da anfängt, ein kleines Konzept zu entwickeln. Da harbert es vielleicht einfach daran, dass momentan der AG-Leiter oder die AG-Leitung noch nicht ganz festgelegt ist. Dann gibt es eine ganz, ganz fleißige AG. Das ist die zum Generationenmanagement, wo wir hoffentlich gleich auch noch ein bisschen was hören werden, die sich ganz, ganz detailliert Gedanken darüber machen, wie sehen Generationen aus, wie kann man die miteinander vernetzen und wie entwickelt sich das vor allem weiter. Und dann gerade die AG, die ich vorgestellt habe, Konzentrationsprozesse im Buchhandel, die sich eben mit den Auswirkungen von Konzentrationen auf Buchhandlungs- und Verlagsseite auseinandersetzt. Wir tauschen uns einfach per E-Mail aus und haben über Google Docs so Dokumente, die wir gemeinsam bearbeiten und überlegen einfach, wie kann das nächstes Jahr bei den Buchtagen laufen. Das ist ja super. Dann sind wir ja schon gespannt, welche Ergebnisse an den Buchtagen dann präsentiert werden. Viel Spaß noch. Dankeschön. Könnte ja auch sein. Dankeschön.